Hallo, wir sind Klangwerk, das philharmonische Blasorchester aus Tälfte. Ich zeige euch jetzt einmal ein paar Eindrücke von unserer Probe. Kommt mit! Ach, hallo Winnie. Erzähl uns noch mal ein bisschen was über unser Orchester. Über unser Orchester, ja. Unser Orchester hat den wunderbaren Namen Klangwerk, Bläserphilharmonie, Tälfte, weil das hier unser Geburtsort sozusagen ist. Und ich habe das seltene Vergnügen, dieses Orchester leiten zu dürfen. Und was für ein Repertoire spielen wir so? Also wir nennen uns ja Bläserphilharmonie und das heißt also, dass wir ein ganz breites Repertoire haben. Wir spielen natürlich Konzertmärsche, wir spielen Jazz, wir spielen klassische Bearbeitungen, wir spielen Filmmusik, wir spielen Latin Music. Und das wollen wir auch alles in unserem ersten Konzert, im Premierenkonzert, den Menschen, den Konzertbesucherinnen und Besuchern auch mal vorstellen. Also wir haben eine große Bandbreite. Ah, sehr schön. Wo proben wir denn immer? Wir proben in der Regel im Gymnasium und hier in Tälfte, weil ganz viele Mitglieder des Orchesters, also von Klangwerk, sind ehemalige Mitglieder des Jugendblasorchesters oder sind noch auf der Schule. Also Jugendblasorchester des Orchesters des Gymnasiums. Und insofern haben wir die Möglichkeit, das ist günstig, auch im Gymnasium zu proben. Wer spielt denn alles bei uns mit? Ja, ich kann jetzt nicht alle Namen nennen, das ist klar. Aber so grundsätzlich sind es sehr viele Musikstudenten aus Münster, Schulmusiker in der Regel. Es sind Orchester, Mitglieder aus benachbarten oder befreundeten Orchestern hier in der Gegend. Es sind ehemalige Jugendblasorchester. Kinder, sage ich mal, die jetzt studieren in aller Welt. Und es sind noch jetzt Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums aus dem Jugendblasorchester, die machen aber jetzt schon Abitur. Und ich darf an dieser Stelle, bin ich ganz stolz drauf, auch sagen, dass wir jugendmusiziert Preisträger, Bundespreisträger in unseren Reihen haben. Das ist schon eine Hausnummer. Das finde ich schon klasse. Wer kann eigentlich alles so bei uns mitspielen? Also grundsätzlich kann jeder, der ein Blasinstrument spielt oder Kontrabass oder Keyboards, kann bei uns mitspielen. Die Bedingungen sind nur, das ist klar, wir haben relativ gute Leute im Orchester, dass man sein Instrument wirklich auch beherrscht. Das heißt also, ich sage mal so, nicht semiprofessionell, aber schon gehobener Amateurbereich. Und so, dass wir auch die Garantie haben, dass wir mit wenigen Proben auskommen. Wir können nicht so viel proben. Wir proben etwa drei bis vier Mal an Wochenenden im Jahr und müssen da mit diesen Proben ein Konzert stemmen. Das ist nicht so einfach und deswegen ist die Voraussetzung, dass die Mitglieder des Orchesters auch wirklich ihr Instrument grundsätzlich gut beherrschen. Das ist schon wichtig. Wir brauchen auch noch einige Instrumente, um das an dieser Stelle zu sagen, nämlich Hörner, Baritone. Wir können noch eine Oboe gebrauchen, noch ein Fagott, ein Kontrabass. Aber das kann man alles auf unserer Homepage nachlesen. Die haben wir nämlich mittlerweile auch. Sehr gut. Und Instagram haben wir auch noch. Klangwerk-Tächte. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Musik Hi, wer bist du denn? Hi, ich bin Joost. Ich spiele Schlagzeug und Percussion hier. Und wie findest du, ist so die Dynamik unter uns? Dynamik, auf jeden Fall sehr entspannt. Ich gehe mal sehr relaxed zu den Proben. Da fühle ich mich ganz gut aufgehoben. Sehr gut. Dankeschön. Musik 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 Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzuspielen, findet ihr weitere Infos auf unserer Website www.klangwerk-bläserfil.de oder auf unserer Instagram-Seite unter dem Namen klangwerk-techte. Wir freuen uns auf dich. Musik 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 Musik